Die Firma LightGlas aus Wien hat die Fusion von Glas und Licht in einem Produkt verwirklicht und dabei Glas selbst als Lichtquelle etabliert. Glas wurde vom reinen Baustoff zur Applikation mit Funktionen und Eigenschaften weiterentwickelt. Die patentierte LightGlas-Technologie basiert auf einem Standard-Glas-Verbund in Kombination mit einem Lichtleiter. Durch seitliche Einstrahlung mit spezieller LED-Technologie wird eine völlig homogene Lichtverteilung erreicht und ist optisch nicht von flächigen Lichtquellen wie OLED zu unterscheiden. In nicht beleuchtetem Zustand ist das Glas wie gewohnt vollkommen transparent. Mit der LightGlas-Technologie, die das Unternehmen auf Lizenzbasis vergibt, wurden Produkte entwickelt, die im Tageslichtspektrum leuchten und mittels automatisierter Steuerung auf die jeweilige Lichtsituation und Raumumgebung reagieren. Auch kann durch eine stufenlose Steuerung der Transparenzgrad von durchsichtig bis nahezu blickdicht verändert werden. Die Anwendungsgebiete sind vielfältig, denn nicht überall, wo Glas ist, ist auch Licht. Als Teil eines Paradigmenwechsels hin zu intelligenter Architektur sollen selbstleuchtende Fenster, Türen, Fassaden, Raumtrenner oder Aufzüge im Tageslichtqualität zum neuen Standard werden. Damit können angenehme und gesunde architektonische Lebensumwelten für den Menschen erschaffen werden. Untertitelung des ZDF, 2020